Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin momentan bei 58.300 US-Dollar, ihr seht schon selber, es hat sich seit gestern sehr, sehr wenig im Bitcoin-Chart getan. Wir haben unseren leichten Abverkauf bekommen, erst einmal in unserer Zielzone bei 57.700 bzw. 57.500. Ist aber noch nicht ganz das, was ich eigentlich wollen würde. Deswegen haben wir ja gestern schon darüber geschrieben, so die 55.000 US-Dollar wäre weiter so der wichtigste Ankerpunkt. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch Ethereum und den Rest auch nochmal anschauen, weil sich da doch nochmal einiges getan hat bzw. glaube ich noch 1 oder 2 Positionen abgeholt wurden. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst das Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, was weiß ich was, alles mögliche, alles in diesen Telegram-Gruppen. Ja und dann noch eine kleine Ankündigung. Ich bin heute Abend mal wieder live. Ich glaube, es ist jetzt locker ein Jahr her, wo ich das letzte Mal wirklich live war. Heute Abend um 20 Uhr bei Kevin auf dem Kanal, also KSNC-Krypto. Checkt das gerne ab. Ich werde euch später noch den Link dazu in die Telegram-Gruppe posten. Aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Heute Abend 20 Uhr. Ich glaube eine Stunde oder so haben wir ausgemacht, dass wir mal live gehen, ein bisschen über Krypto allgemein sprechen. Chart-Analyse etc. Also kommt da gerne hin, kann ich euch nur empfehlen und für mich auch mal wieder Premiere endlich mal wieder live zu sein. Habe ich auch mal richtig Bock da drauf. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, 58.300 US-Dollar traden wir momentan. Das ist so die Zone, die gestern so gehalten hat. Bei 57.000, 857.500 so in der Spitze sind wir runtergegangen. Alles noch im Rahmen. Wir haben natürlich gestern keine wirklich signifikanten News gehabt. Alles wartet morgen dann auf den Fett-Zinsenscheid. Wobei ich da auch sagen würde, lieber mal ein bisschen halblang machen bzw. nicht zu viel Erwartungen da reinstecken. Es wurde nämlich gestern schon von BlackRock gesagt dazu, dass manche gehen ja schon wieder von 0,5% Zinssenkung aus. BlackRock hat dazu gestern dann gesagt, okay, man sollte nicht zu viel interpretieren bzw. nicht zu viel erwarten in die Zinssenkung. Es wird nicht zu viel wie manche bzw. wie der Markt vermutet. Weil mehr Leute gehen mittlerweile davon aus, dass es 0,5% anstatt 0,25% ist. Morgen wissen wir mehr. Könnte auf jeden Fall einen größeren Impact haben. Ich würde jetzt aber nicht hier auf Biegen und Brechen versuchen in irgendwelche Trades reinzugehen. Für mich ist weiterhin so die Zielzone hier unten die 557 bis 553. Einerseits wegen dem Golden Pocket, andererseits weil wir hier unten auch noch diesen WIG haben und noch einiges an Liquidität liegen haben. Also es wäre für uns alle glaube ich das Beste, wenn wir hier runter erst gehen und dann nochmal einen neuen Versuch in Richtung 61.000 bzw. 62.000 US-Dollar starten. Ich bin hier auch weiterhin in keiner Position. Ich habe es gestern schon im Video dazu gesagt. Ich tue mir momentan extrem schwer Bitcoin bzw. Krypto allgemein zu traden, weil mir die Setups an sich nicht wirklich gefallen. Wir hatten glaube ich letzte Woche glaube ich mal eine Position offen. Aber so richtig, ja gut, die hat zwei Take Profits gemacht, aber trotzdem so richtig zufrieden war ich damit auch nicht. Es ist momentan ein bisschen so der Wurm bei mir ein bisschen, zumindest bei Krypto drin. Und der Markt gibt auch ehrlich gesagt nicht so viel her, wo ich jetzt sagen würde, boah, da bin ich jetzt vollends überzeugt. Man sieht es an der Bitcoin-Dominance, die mittlerweile 58% erreicht hat. Also der Markt schaut sowieso nur auf Bitcoin, ist aber auch normal, wenn die Bitcoin-Dominance bei 58% liegt und wir immer noch sehr, sehr hohe Zinsen haben. Da kann kein neues Geld oder frisches Geld noch in den Markt reingepumpt werden, außer in irgendwelche scheiß Meme-Comments oder sowas. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten für den heutigen Tag, was ist wichtig? Im Endeffekt, wenn unser Support hier hält, können wir auch nochmal einen Anlauf nach oben hin starten, Richtung 61 bzw. 62.000 US-Dollar. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, auch wenn wir hier oben noch die Ineffizienz haben, weil das ist dann eher für mich dann morgen so das Zeichen. Für mich immer noch Hauptvariante, wie gesagt, ist da unten. Sollten wir vorher schon einen Abverkauf sehen bzw. noch einen Pump nach oben hin sehen, ist es für mich eher so ein Zeichen, dass wir dann wahrscheinlich eher nach oben nochmal hier die Liquidität holen und dann morgen so ein kleines Sell-To-News-Event haben, womit ich sowieso ehrlich gesagt ein bisschen eher damit rechne. Ja, gehen wir mal rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Im Endeffekt wieder gar nichts. Also Ethereum ist so dieses Musterbeispiel momentan, dass sich im Altcoin-Markt einfach gar nichts tut. Ihr seht selber, klar, wir hatten gestern diesen Abverkauf, also in Anführungszeichen Abverkauf, aber jetzt kein riesiger Dump oder sowas. Die Liquidität liegt einfach tiefer und genau das gleiche Spiel haben wir auch bei Bitcoin momentan, dass die Liquidität einfach tiefer liegt und diese sich eigentlich noch geholt werden sollte, meiner Meinung nach. Also müssen wir jetzt hier auch erstmal noch ein bisschen abwarten, wie sich das alles jetzt in den nächsten Tagen tut. Aber wie gesagt, momentan hier keinerlei signifikante Änderungen, wo ich jetzt sage, okay, irgendwie eine Long- oder Short-Position. Gold hingegen, habe ich ja gestern schon dazu gesagt, ist momentan Short. Also da läuft unsere Short-Position jetzt, also ist minimale Minus. Wir sind bei 2.570 sind wir rein, wir sind momentan bei 2.575 US-Dollar. Ist okay, wir haben die Liquidität oben abgegriffen, auch gestern auf Stundensicht. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, immer wieder hier oben, wenn wir einfach mal diese gerade Linie hier reinmachen, immer wieder hier oben rejected worden. Gutes Zeichen. Wie gesagt, hier läuft die Short-Position. Stop-Loss lag bei 2.610 US-Dollar, bleibt auch so. Und mehr gibt es hier momentan nicht zu sagen. Trotzdem positives Zeichen. Einerseits natürlich, weil sie sich ja massiv die Vergenzen angestaut haben, andererseits, weil das Volumen deutlich am Abfallen ist. Auch hier möglicherweise ein Zeichen dafür, dass morgen dann zum Fettzinsentscheid nochmal entweder ein Push nach oben oder nach unten kommt. Ich möchte bis dahin ganz ehrlich abgesichert sein. Also wenn wir morgen irgendwie hier rumdümpeln bei 2.550, nehme ich lieber eher ein Take-Profit. Machen Stop-Loss auf Entry, bevor wir hier irgendwie noch ausgestoppt werden, weil morgen wieder dann irgendwas Unerwartetes kommt oder so. Aber die Position läuft, momentan leichte Minus. Die Long-Position läuft auch noch und die Verdopplung, wie gesagt, bei 2.530, die steht derzeit auch noch. So, DAX. Short-Position abgeholt. Und haben wir ja gesagt, hier oben im Golden Pocket, wir haben das Golden Pocket jetzt mittlerweile perfekt geschlossen, passt. Short-Position läuft. Stop-Loss auf Entry, wir haben ja die Position verdoppelt. Unsere Long-Position läuft auch noch. Ziel jetzt erst einmal meiner Meinung nach auf jeden Fall dieses Gap hier auf 1-Stunden-Sicht. Hier unten bei 18.330. Ich würde trotzdem schon den ersten Take-Profit bei 18.500 US-Dollar von der verdoppelten Short-Position nehmen. Volumentechnisch nichts wirklich, ja, was zu besprechen da. Also Short-Position läuft. Mehr gibt der Markt momentan nicht her. Auch hier sehen wir momentan kaum richtige Bewegungen, wo es sich irgendwie jetzt drauf lohnt, hier ewig lange drüber zu quatschen. So, was, last but not least, bevor ich es noch vergesse, Euro gegenüber US-Dollar. Ne, nicht Binance-Coin, Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier zweiter Take-Profit mittlerweile erreicht. Das war gestern so unser Ziel, wo wir drüber gesprochen haben. Wir sind nochmal ins Golden Pocket. Ich warte, ehrlich gesagt, heute nochmal jetzt den Vormittag ab. Ich würde auch hier gerne die Position verdoppeln. Was mich stört, ist ganz ehrlich, hier oben dieser WIG. Also der, nachdem da letzte Woche ja diese News waren, die Arbeitslosenzahlen waren es, glaube ich, die den Kurs da oben reingepusht haben, möchte ich eigentlich nochmal dieses Hoch gerne holen, bevor wir hier die Position, Short-Position verdoppeln und hier oben auch den dritten Take-Profit reinlegen. Wir haben zwei Take-Profits mittlerweile getroffen. Den dritten würde ich dann hier oben an dieses Hoch bei 1, 11, 5, 6, 9 packen und dann auch, ja, die Position dann auch verdoppeln. Das ist jetzt momentan jetzt erstmal so ein bisschen der Plan und dann weiterer Abverkauf. Stärkerer Dollar möglicherweise führt dann dazu, dass wir hier eben auch unseren Abverkauf bekommen. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen mein Plan, den ich mir derzeit ein bisschen vorstelle. Und ansonsten gibt es da auch wenig zu besprechen. Altcoins an sich, wie gesagt, bewegen sich auch kaum von der Stelle. Ja, brauchen wir uns jetzt auch nicht länger drauf aufhalten. Ansonsten war es das für das heutige Update-Video. Kurz und knapp. Mal die wichtigsten Sachen besprochen. Gold, BTC, Ethereum, Euro. Ja, mehr gibt es nicht. Wir hören uns dann auf jeden Fall heute Abend um 20 Uhr. Da wird es dann auch ein bisschen mehr um Altcoins gehen. Also da freue ich mich auch mal ein bisschen drauf. Vielleicht auch mal ein bisschen meine Meinung zu sagen. Aber gut, mehr dazu dann heute Abend bei Kevin. Ich kann es euch nur empfehlen. Kommt da ja vorbei. Link poste ich euch später noch. Und ja, wenn ihr das Ganze traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Binglicks empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gibt auch wieder ordentlich Boni. Und wünsche euch damit einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann auf jeden Fall heute Abend wieder um 20 Uhr. Ich freue mich drauf. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.